Hallo, hier sind Kulago und Hardeland aus der Enjoy Morning Show. Und wir sind heute hier versammelt, um euch ein Album vorzustellen, was so hammergeil ist, dass wir fast kaum Worte finden, um das zu beschreiben. Also pass auf, Compulsive Gambling heißt die Band, in gold we trust. Das Album besticht erstmal dadurch, dass man es aufklappen kann, das ist ein schönes Foto. Schöne Menschen, gibt was zum Gucken, ist auch ganz wichtig, was zum Aufklappen, was zum Lesen. Und dann gibt es da diese CD, und das ist Rock'n'Roll. Holt euch diese CD, in gold we trust, da sind elf Stücke drauf, die euch sowas von, die weißen Blutkörperchen aus dem Blut rausrocken werden, dass alles zu spät ist. Warum hältst du eigentlich diese CD immer so da oben? Was ist da ein Pickel? Was ist da ein Pickel? Kauft euch das Ding. Compulsive Gambling, in gold we trust. Rock'n'Roll. 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 Vielen Dank.